Ja, sehr geehrte Medienvertreterinnen, schön, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Ich möchte mich kurz als Ressortleiter für den Landeshauptmann-Stellvertreter zu seinem Sager widerwärtiges Luder äußern. Das war natürlich ein kleiner Ausrutscher, ein Versehen. Liebe Tirolerinnen und Tiroler, das darf man nicht so eng sehen. Das kann schon mal passieren. Er hat es natürlich nicht so gemeint. Und gibt es noch kurz Fragen, vielleicht von euch trotzdem, du Drecksau, du dumme Huhr, du falscher Matz, keine Fragen. Gut, dann ist, glaube ich, alles geerklärt. Dankeschön. Wiederschauen.